So, hallo meine Freunde, hier ist euer Maximus mit Sleeping Dog. Ja, ja. Ja, okay. Das ist hier erstmal nur die Demo. Und ja, was mir schon auffällt, es ist ein buntes Leben. Und ja, sieht aus wie ein Neujahrsempfang oder so, keine Ahnung, in China. Die haben ja natürlich andere Kalender als wir hier in Mitteleuropa oder die westliche Welt. Und ja, was sind wir denn hier? Kann ich hier irgendwie noch anzoomen? Was ist das hier, eine Tanzschule? Ah, ja, gut, alles klar. Machen wir das doch mal, ne? Y kaufenbar. Ja, alles klar, gut. Die haben irgendwo ein Hüftproblem, keine Ahnung. Gut, ja. Ja, dafür kriegt man noch 25 Cent, wenn man die wieder bei Kaufland abgibt. Ja, was wird der Typ? Ja, na klar, wir essen gerne Nudeln. Der ist ganz schön teuer, ne? Hongkong-Dollar sollen es sein. Oh, Gesundheit. Ah, wenn wir was essen, tun wir unsere Gesundheit aufwerten. Und der schmeißt natürlich alles weg, der Typ. Ah, ho ab. Gucken wir uns mal einfach hier die Wand an, wie die Texturen aussehen. Matschig. Matschig, muss ich sagen, ehrlich gestehen, ja. Gut, das ist immer dieses Problem mit der Konsolen-Umsetzung. Und ja, gehen wir mal zu den Johnny Walker. Was wird der uns jetzt erzählen? Alles gleiche. Gut. Ming-Stellen. Wie kann ich denn eigentlich rennen? Oh, wir laufen. Los, los, los. Warum rennt der nicht schneller, ey? Aha. Ah. Oh. Das ist ja jetzt eine typische Verfolgungsjagd. Ich drücke jetzt die ganze Zeit A. Ob das jetzt wirklich richtig ist, was ich hier mache. Keine Ahnung. Lässt sich aber ganz gut mit dem Controller bewerkstelligen. Ich glaube, das ist auf die Zähne diese auf der E3 oder so. Ach, ich. Ja, genau. Oh. Ob das jetzt so optimal war? Meine Güte. Ich bin ja nur am Hin- und Herflitzen. Das ist natürlich ein cooles Feature, ne? Ey, was ist denn jetzt los hier? Also, an jeder Ecke ist hier ein bisschen was los, aber das gefällt mir schon. Oh, was ist denn? Schlagen. Ja, jetzt schlagen wir den Typen mal. Oh. Also, die Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich so richtig mache. Ich schlage jetzt einfach nur auf. Oh, ja, ich kann ihn schnappen. Und... Ja, Sondermüll, ne? So, hinterher mit dem... Endlich hat er mal Unwertentsorgung gemacht. Messer ist ein bisschen gemein, ne? Was ist hier los, Alter? Also, Y-Sylons-Globe ablocken. Halt sie auf, Alter! Halt sie auf, Alter! Euer Kampfsystem ist wirklich, äh... gut gemacht. Komm, schlag doch endlich! Oh, Fighter-Knopf. Man, schon wieder Fighter-Knopf. Es läuft aber nicht so flüssig, äh... wie jetzt bei Batman. Da läuft es natürlich flüssiger. Das ist irgendwie noch ein bisschen wie Abgehakt. Ja. Was kann ich jetzt machen mit dem Typen? Ach, den muss ich hier wahrscheinlich ein paar Mal... Au! Schönes Ding. Ist er nun endlich tot hier? Oder muss ich jetzt irgendwas machen noch? Ja, ist eigentlich ein ziemlich simples Kampfsystem. Ich warte eigentlich die ganze Zeit nur... Ah! Das hat bestimmt weh. Ich bin nur von euch, Mann. Das wird sich, denke ich, mal gleich rausstellen. So, das waren jetzt, äh... die ersten Minuten, und ja... Ich bin Inspektor Tang. Uh-huh. Ich bin ein Rapschieb hier. Multiple Arrests in San Francisco, verabschieden Ties to Organized Crime, und jetzt bist du hier, verabschiedet für die Sonne an Yee. Du wißt, du musst dir nicht aus dem Leben wegnehmen, wie das. Ja, ich bin ein Rapschieb. Ja, ich bin ein Rapschieb. Ja, ich bin ein Rapschieb. Ich bin ein Rapschieb. Ich bin plötzlich herausgekommen, ich hätte nie aus der Art-School-Karte gebrochen können. Ich könnte es haben. Ich könnte es haben, ich könnte ein realer jemanden sein. Danke, dass mir das Lichter zeigen, Herr Officer. Ja, eigentlich vielleicht hätte ich dieses ganze Gelaber hören, das geht mir auf den Keks. Äh, ja, weil... Warum? Erstmal muss ich die ganze Zeit lesen, da habe ich eh keine Lust dazu. Und, ja... Hier hat man jetzt gerade gesehen, welches Ansehen quasi ich erarbeitet habe bei der Polizei und bei den Verbrechern. Und, äh... Ja, von den Details von den Leuten sieht es ganz gut aus. Aber jetzt, äh, ihr habt mal gesehen, ja, diese Ecken bei den Armen oder die Kette, ja, das ist alles so wie reingepappt, da ist kein eigenes Leben da drin, ne? Und die Haare, ja, ja. Gut. Irgendwo muss man Abstriche machen, ne? Ja, ja, so... Wollen wahrscheinlich die Chinesen gerne aussehen, ne? So ein Brecher. Ja, ja, quatsch nicht so über das Zeug, ey. Wir wollen weitermachen, ne? Gucken wir mal, ja, Ladebittschirm gilt eigentlich zügig. Machen wir doch schnell die Mission und dann... Denk ich mal, ist die Demo hier bald vorbei, ne? So, dann erkunden wir mal, ne? Ach, hier geht's schon wieder echt zur Sache, ey. Oh, mit Konter, Anzeige. Oh. Aber, die Kämpfer sind echt... ...cool gemacht, ey. Jaaa. Jaaa. Hast du wohl gedacht, ne? Kleiner Lappen, so. Mein Gott. Aaaah. So, das hat man wohl, ne? Was ist mit dem Typen los? So, dem los. Er guckt wahrscheinlich Fernsehen, ne? Ich sehe auch schon ein bisschen demoliert aus. Gefällt mir gut. Na ja, leg mal ein Ei jetzt, so. Ah, ich muss doch selber noch was machen. Ja, und rein ins Geschäft. Oh, hier. Der Dicke. Oh, was war da, ey? Ich konnte ja gar nichts machen, ey. X, 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 X. Alter, ey, was ist denn hier los? Alter, der ist ja... ...wie so ein Hauptgegner hier. Aber, ey, das... Ey. Oh, Alter. So schnell kann ich gar keine Taste drücken, ja. Meine Flüte. Jetzt muss... Oh, schön. Ihr habt es verstanden. Ja. Oh, jetzt wieder B. Dann drehen wir mich zur Seite. Ja. Mein Gott, nee, ey. Wie lange wollen sie das noch machen? Ey, der hat... Ja. Ja. Gut. Ich denke mal, ihr habt jetzt die ersten Eindrücke gewonnen. Und ja... Vielleicht mache ich da die Mission noch weiter. Falls Interesse ist, ne? Und damit sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Im beloved Joey. gibt es einenlude hier Whalen. Pas dann wenigerью